...fahrt in Hammerau. Nein, das war geil. Da hab ich auf ihn auch gewohnt. Und da waren selten noch ein Sportplatz. Da hab ich schauen können. Ja, jetzt hat sich die Polizei auch gedacht, was auf die gewartet hat. Da haben sie mal über 14. Wenn ich zurückgeschaut habe, dann haben wir auch eine Vollwarte. Das waren die Zeiten. Turboflot. Die haben eine richtig geile Befleunung. Die Teiler. Die Stammgäste haben sie immer bezahlt. Da ist immer zugegangen. Nein, nein. Pallana hat eben so sehr gekauft, oder? Pallana ist gewartet. Da haben wir über die Bargäste gezahlt. Die sind gekauft. Da hat die Zocken, da hat die Zockbeil. 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 Einring. Beachten Sie bitte den Unterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Beding haben wir aber ein Ring. Freilassinghof. Haben wir glaube ich einen Freilassinghofbahnhof. Da hat die Zockbeil. Das ist ein Schatz zum Linken. Nein, das wollte ich. Das ist immer wieder gewöhnt. Der Heide hat immer einen Auftrag. Da hat die Zockbeil. Ich habe mir gedacht, dass die Zockbeil eine Zockbeilung in Geistik gibt. Das ist immer noch eine Zockbeilung. Die Zockbeilung sei es und Unterhaltung mit einer Zockbeilung. Du hast ja gleich in der Mitte aufgeschlagen beim Eisbogen, oder? Nein, weil ich die ersten zwei Zellen habe, wo das Wasser herkommt vom Atschweinpaar. Ich habe gesagt, wir sind nicht runtergegangen vom Atschweinpaar. Nicht gut, dass das Wasser so grün hat. Bei der Eiskapel habe ich noch ein bisschen Peppeln. Ja, ja. Na gut. Seht ihr das da raus, Scheißflug. Interesting. Es bleibt ihr da raus, Scheißflug. Ja. Ja, das ist ja. Geht ihr da raus? Das geht raus undقks! Ja, das geht raus. Jetzt kommt los. Ja, das geht raus. Ja, das geht raus. Ja, das... Wie geht das noch? Wie geht das noch? Ja, das wäre aber so weit, der Punkt ist. Ja, ja. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Schika ist genau so weit. So. Zuckerhaushalt wieder hergestellt. Fangen wir rein? Die kommt dann oben wieder ein bisschen, weil das ist ja reißig. Dann fahren wir dann in den Kuppi warm. Wenn der wird friert. Dann fahren wir nicht raus. Dann fahren wir nicht raus. Was sieht jetzt wieder, wenn ich rauf oder wird? Alles gut. Ich glaube, jetzt sieht es nicht aus. Na ja, der Zug kann uns die Zeit nicht gehen. Wir haben Pannach, wir haben sonst ein paar Jahre. Du, Abholzer steckt ja aus. Ja. Ich hab ihn nicht freund gesehen. Ich hab ihn zehnmal, ein paar Mal. Ja. Nachtrag, äh, zum... Nachtrag zu meiner Audio, ähm... Besonderheiten frei. Anfrage analog. Anfrage, den Sie bitte die Niveauunterschied zwischen Zug und Barsch. Sagen wir gleich zu mir da. Ja, das ist das hier herrubig, denn. Ja, schau mal wer da drauf ist. Ihr wisst aber schon, dass Herr Notenberg war. Das ist ein sehr, sehr sehr hilfreich. Das ist ein sehr hilfreicher, ne? Das hält sich ganz lustig. Die Preise sollen die Preise durch Deutsch-Bereich geben. Ich hab dann das 34... ...und 34 hat sich knapp abgestellt. Das schaffen wir schon. Was? Nicht schwer geraucht. Möchten Sie gleich das 4 bitte? Genau. Ja, ja, schön. Hast deine Kollegin in den Bescheid geschlossen, dass du... ...und du bist der Eintritt? Ja, super schön. Freut mich das eh. Ich hab' einen Laufgarten. Achso, ich hab' einen schönen Lauf, gell? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dies war in der Wittfahrt im ETI 133 auf der Berchtesgadenlandbahn, 9.31 Uhr. Berchtesgaden.